Und ich möchte spektaten, weil ich nicht schreiben, spielen kann, wenn ich schreibe und nachdenke und Videos mache und lagge und keine Ahnung. Dump the hacks and play fair. Ja, ich glaube scheiß auf die Hacks und spiel fair oder so. Oder die Hacks und dumme spiel fair, keine Ahnung. Showdown! Nein, Showdown! Junge, hallo? Wir sind 23 Spiele und du willst in die Map Showdown gehen? Showdown ist ja nur ganz kleine Mini-Man. Das ist natürlich klug. Es sei denn, ihr wollt alle spawnen gekillt werden, dann ist das natürlich optimal. Aber sonst würde ich es nicht bevorzugen. Oh mein Gott! Ja, was ist denn jetzt kaputt? Nervt euch der Hacker? Peter! 1991. 91. Äh, rauswurf. Nein! Ich glaube es nicht. Ja, ich kann als Zuschauer nicht abstimmen, aber... Ist ja was. Das ist dumm. Jetzt wird Peter gekillt, obwohl er gar nichts dafür kann. Ich meine... Das ist bestimmt der falsche, anstatt der richtige. Hoffen wir einfach, dass das ist der richtige ist. Aber ich glaube es nicht. Und... Es war natürlich nicht der richtige. Ich wusste es. Das ist einfach unmöglich, den richtigen da zu kriegen. Also jeder, der F1 gedrückt hat, ist wirklich ein Idiot, weil... Man sollte es mittlerweile eigentlich gemerkt haben, dass das der Hacker ist. Aber das Problem ist, dass keiner für Nein gewartet hat. Das heißt, jeder ist ein Idiot oder so. Du wirst... Äh... Du wirst die Leute glücklicher machen, wenn du nicht hackst. Ja, das ist sogar wahr. Natürlich. Klar. Sima Grutschach. Ja, das weiß ich nicht, was das heißt. Aber okay. Egal. Uri macht den Bot aus. Ja, da kriege ich direkt mal das Becken. Uri. Wo ist Uri? Uri Nato, oder? Der ist ja wahrscheinlich. Uri Nato hat keinen Hack. Jetzt glückt ihr meine harten Hex, was? Also entspannt euch, oder ich entspanne mich und werde langsamer sein. Ja, langsamer ist natürlich toll. Langsamer Tod ist immer schnell besser als ein schneller Tod. Das ist natürlich toll. Also würde da jetzt die Leute noch angrier machen, oder was? Ja, zwar, ich bin ein Englisch-Kitty. Um das jetzt mal so zu sagen. Also, so ist es nicht. Deutsch übersetzen dauert lange, weil ich eher Englisch spreche gerne lieber. Deswegen bin ich auch in Deutsch... Äh... Stehe ich in Deutsch, keine Ahnung. Zwei oder so. Und Englisch eins in der Schule, meine ich jetzt. Was ist das denn jetzt? Ah, ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt mit der Kamera irgendwie durch die Tür geglitscht oder so? Ich wusste ja gar nicht, dass da eine Tür war. Konnte ich ja von dahinter schlecht sehen. Aber okay, ist ja auch egal. Nächste Karte. Nein, warum? Na, aber ich kann halt Zuschauer nicht abstimmen. Verdammt, ich vergesse es immer. Ich sollte wieder reingehen. Na, aber nein, dann kann ich nicht specken. Äh... Auch toll. Wenn ich wieder reingehe, kann ich nicht specken. Oh, was eine Logik. Ich glaub's nicht, ey. Ey, ich halte euch wieder zu dumm, ne? Tut mir nicht leid. Das mache ich echt häufig. Zu häufig in letzter Zeit. Mann. Da ist jemand, woher hin? Hä? Woher? Wo? Der war doch gerade noch da. Woher? Baki? Hacker blieb zum Team. Ja, was zum Teufel? Wie? Ähm... Alfred, falls du dieses Video guckst, das ist schon ein bisschen assi von dir, oder? Jetzt willst du, dass dein Team nicht leidet vom Hacker, aber das andere Team dafür. Was? Alfred, du bist ein netter Kerl. Thanks, sagt er auch noch. Der sagt auch noch Thanks. Der sagt auch noch Thanks. Ich würde mit so einem Hacker gar nicht sprechen. Habe ich zwar eben gemacht, aber ich habe mich ja nur verarscht. Aber das ist ja, glaube ich, nicht verarscht. Für mich kommt es nicht wie verarscht aus von Alfred. Und bitte, mach den Cheat aus. Ficke den Aimboard. Genau, ficke den Aimboard, die neueste Challenge von Maniacris. Das Spiel. Kommt raus, 2010. Ich bin total verhört. Ich wollte doch sagen, 2019. Natürlich. Klar wollte ich das sagen. Ist auch jetzt nicht irgendwie nur erfunden oder so. Nein. Ich wollte das wirklich so sagen. Cut the Strike. Nein, bitte nicht. Ich mag Strike nicht. Aber wir können... Wir. Ja, wir. Ihr könnt alle... Ihr habt alle eine Vote. Ihr könnt alle voten. Nö, ist klar. Nein. Äh, ich kann nicht voten als Zuschauer. Und ich vergesse es immer wieder, wenn eine Vote kommt. Und hier kommen so viele Votes. Ist alles der Hacker. Glaube ich. Carter Strike. Äh. Super. Strike ist natürlich eine tolle Map. Warte mal. Habe ich nicht eben gesagt, das ist eine Scheiß-Map? Ach, hört mich auf mich. Ich bin zu müde gerade. Es ist, äh... Es... Was? Es ist schon Füllen nach eins? Boah. Ich habe voll die Zeit vergessen. Na, egal. Chinatown. Ist natürlich auch eine tolle Map, aber egal. Ja. Moment mal, warum wurden hier jetzt alle für nein? Chinatown ist eine geile Map. Hä? Kommen die denn jetzt? Okay, Strike wollen sie größtenteils haben, aber Chinatown nicht. Okay. Ich verstehe ja, dass die Geschmäcker von allen Menschen nicht gleich sind. Aber... So ein Unterschied? Was? Chinatown ist doch eine geile... Ach, vergisst es. Vergisst es. Nicht vergisst es, ja. Mehrzahl vergisst ist. Schon klar. Crossfire wollen sie auch haben, Crossfire. Finde ich auch nicht so toll. Crossfire. Ja, hab ich schon toll mal gespielt, aber... Egal. Aber ich finde Chinatown auf jeden Fall besser als Crossfire. Chinatown ist, glaube ich, sogar mein Lieblings-Map. So, okay, I can. Fail? Er fragt ihn... Oh Gott, Alfred fragt ihn auch noch, ob er ihn Hacker nennen darf. Wie arm. Wie arm einfach nur, oder? Ich lüge nicht und sage nicht, dass ich keine Hexe habe. Ja, das ist wenigstens toll. Mein Name ist Dante. Dante ist Entfernung, oder was? Passt sogar. Nein. Ähm. Er heißt Dante. Was ein Scheißname. Na ja, ist halt ein Cheater, ne? Ach, er hat nur einen Witz gemacht. Mein Name ist... Sein Name ist Sofien. Sofien ist eigentlich noch ein viel blödere Name. Jetzt gleich meint er wieder... War nur ein Witz. Weil er mich ja auch im Video hören kann. Und deswegen auch wissen kann, dass ich... ...gesagt habe, dass der Name blöd ist. Natürlich. Ja, so gibt's ihn. Ja, das war natürlich eine ausgedachte Melodie. Die gibt's nicht, zum Beispiel in bekannten Filmen wie Spider-Man oder so. Nein, da gibt's ihn noch nicht. War gerade ausgedacht, echt. Ich schwöre. Ja. Mhm. Aber jetzt mache ich mir wirklich... Ich denke mir jetzt wirklich eine aus. Oder lieber doch nicht. Ich weiß nicht, ob's gut ankommt, wenn ich hier im Video summe. Also... Ich weiß ja nicht, ob meine... ...Stimme beim Singen... Summen? Singen, ja. Äh, das war nicht singen. Verdammt! ich fehle gerade total ist egal es ist Viertel nach eins und da brauche ich nicht mehr bei Bestand bei Bestand bei Verstand Oh Gott meine Fresse ich weiß gar nicht ob das Video heute noch hochladen kann oder ob ich da auch zu blöd für bin mein Name ist der Name von Alfred ist Joe auch bekannt als Johannes Johannes Joe Johannes echt sie gar nicht ich dachte der englische Name von Joe ist Joe anscheinlich da ist ein Heli Karte Ambush Ambush mag ich auch nicht so Coubert Ton nannte sich Human Maniacress hör auf meinen Namen zu benutzen den habe ich Copyrighted du Arsch hoffentlich lief der nicht mit dem Namen nicht das hat ihn danach auch noch behält und dann von anderen Servern gebannt bin und ich dann wieder drauf kann weil ich ja nicht der bin den sie gebannt haben und mich dann noch mal bannen weil sie denken ich werde der den sie gebannt haben aber ich hoffe so weit wird nicht kommen diese Map sagt was nein die ist cool Mann sagt nichts gegen die Map Block ist geil Mann Chernobyl ist egal insgesamt für Stalker für ja was denkt ihr warum ich das gespielt habe nur wegen dieser Map hier hallo natürlich hört auf zu voten fängt 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 an zu spielen die Potter sind am sucken also am na richtig saugen sie saugen Äpfel aus oder so Kick Double J Double J wo Double J ich sehe nichts Double J da Double J warum ähm er ist kein Hacker er hat zwei Kills Primus endlich